Ich sehe die Bilder, die Menschen tanzen, die Frau und das Messer. Marucha ist sich sicher, dass der Herr der Toten hier ist. Hier in Rio. Sie glaubt, dass Igor Lübwitz seine Leiche hergebracht hat, um... Ja, und das ist eben genau die Frage. In dieser Stadt, Signores, gibt es nur einen Geist. Super. Der Herr der Toten? Makumba. Bald wird die Makumba auch über dich kommen. Wie ein sanfter Hund. Und dann... Als letztes werden sie den Tower stürmen. Muss sofort heraus. Verschwinde aus dem Tower. Und zwar jetzt! Stirb, du Monster! Zurück! 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 Ich finde es jedenfalls bemerkenswert, über welche Fähigkeiten diese Inka-Prinzessin verfügt. Zurück! 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 Zurück!